fliegen ist das schon gut aber es ist eigentlich total dumm weil jeder gegner sieht mich jeder gegner sieht mich und will mich dann angreifen jetzt zum beispiel kann ich erst mal das benutzen böse typ zwei böse typen die machen komische geräusche was ich noch stand gut aus ja wo muss ich hin da hoch wahrscheinlich da ist noch einer erst noch markieren okay und die waffe taugt weil die sind aufmerksam auf mich geworden und sehen das sieht mich wir sehen mich alle da kommt die rakete und damit auch nichts zum straffling das ist nur im wasser einfach wir sehen nicht trotzdem okay okay wahrscheinlich dabei oder ja keine ahnung dass er sich um 12 1 ich darf mich bewegen für gott ist es gleich also noch ein letzter letzter check wollen dann ist der paar vorbei wir machen und nach rechts und schön langsam und währenddessen leute anschauen hallo 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 so und ist auch party die grafik übrigens deswegen mir so schlecht ist nicht vom game damit es nicht wenn ich keine index habe an meinem pc leider bis ins zack aber soviel dazu die mich trotzdem entdeckt ja und kann ich nicht heidioten ja käten ich fliege halt ähnlich schon sagen ich mich nicht wirklich bewegt ich muss trotzdem ich bin schon die muster lang das ist wahrscheinlich auch der sinn der sache dass ich ein paar wieder an dem ambition lang geht und dann einfach und dann einfach und dann einfach und dann einfach die großen dinger hey das ist der wahnsinn die großen dinger hey das ist der wahnsinn das mal dahin gehen kurz das war gut das war gut jetzt haben aber die siebigen wissen wo ich bin und das kann da oben ist auch noch was haben die entwickler sich dabei gedacht zu typen hier rein zu tun die so hart raketenschirm sich schießen da oben ist einer keine munition sagt aber die wache ist es nice da böser typ da noch einer was mache ich weil die ich gehe raus aus entdeckung und rennt zum nächsten busch weil eigentlich bin ich entdeckt und eigentlich müssten auch Leute auf mich zukommen schau auf den Kadar ah ja so viel dazu aber hier auf dem freien Feld ist ein nice gegen die Typen ach das ist ein Nahkampf das ist ein fetter Sack das ist ein Nahkampf fetter Sack ja das bist du auch ah ne das ist scheiß ok jetzt hat er ein Leben 5000 naja gut das war's super dann habe ich noch zwei gegen einer ist rot eine orange vielleicht die Typen die einfach nur im Gras stehen und nichts machen bis ich da bin und nicht dann schocken und töten da jetzt kommt eine heftige Musik da da kommt einer auf mich zu von dort oh kann das sein das ist ein A da der kleine so wenn ich zu lange warte dann kommen die großen Raketenteile von hinten die mich die mich auch noch verfolgen sollten von dort das ist doch nicht so lang da ist einer ok es ist nur da einer also nur egal wenn der Raketen von oben schießt das ist natürlich genius dann ist das sie direkt hinter mir explodieren das sie nicht mal ausreichen kann Junge jetzt hab ich keinen Schuss mehr Junge jetzt hab ich keinen Schuss mehr ich hab keinen Schuss mehr das war's super 90 wow der Schaden wuss er ist down wow doch doch nein ist nicht down nein die sind ja die sind da achso Munition ja es sind aber zwei gegen einer muss direkt vor mir sein und der rote ist dort und da kommt noch einer so jetzt gehen wir hier mal yes Verbindung mit Xfire yes oh finally ich dachte schon ich schaff's nicht mehr ne macht sie da Sinn ja eigentlich ja eigentlich da war was gell oh die Sounds alter oh ne shit ja der Damage too high Damage is too damn high das wird der Karate machen wow wow oh jetzt wow wow ha idiot wow ich glaub der ist tot was zur Hölle hier ist ja noch ein Gegner irgendwo direkt vorne muss einer sein oh oh zwei da hä hä weisch ich hab ja die Munition ja auf jeden Fall die die fetten da aha keine Munition lass mal hier schnell rüber rennen ohhh ich bin so schnell ohhh das ist die gleiche Munition ja das ist die gleiche Munition nice gut ist das man kann sich halt nicht Junge man kann sich halt nicht bewegen hier kommt auch was Angst der ist wahrscheinlich ein großer Fettzeug der da von hinten kommt da es kommt ja aber vor mir ist das auch etwas böses oh man ich hab acht acht Schuss noch mal als Reserve und irgendwie so ich bin so langsam naja wo ja da schießt mich was ab da schießt mich was ab hab ich gesagt da oben wo was das aiming hier yes ok wow gib dir das wow swag nice skript sequenz man geht ab mit call of duty also hoffe ich direkt vor mir sein gegner sehe ich grad und gehört zwei meter von mir hinterm stein hinterm stein wo das war geil die granaten sind total random das war's hast du die granate gesehen die war hart das ist gut hier es sind gut zwei ok das ist übelst nahe ist mich die leute im Fernglas wenn ich die leute mich in mir im Fernglas hole ja wir wollten den part beenden ok ich mach ich mach den part einfach nur so lange bis ich sterbe tut mir leid für alle die meinen was anderes tun zu müssen oh nein du wirst jetzt hier zugucken oh ja so 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 boah der boden ist sinnvoll anzuschauen was ist das für eine riesige welt bis dahinter gibt es noch irgendetwas da oben ist was hast du gehört hast du es gesehen im radar kommt ganz klar das ist ein kleiner das ist das ist das ist das ist äh audio halt ich muss dahin zu den archiven es gibt halt keine untertitel im game es sagt bisschen tut mir leid für die story die story leute hallo so macht man das schau da können die mutanten noch was von lernen schuss im kopf tot so wie sich das gehört ich mache ich nieder was das ist ein bisschen dumm wo ich gerade hier rumstehen die kriegen schaden da drin die machen irre jetzt sind sie tot ich hab acht schuss noch hat der muss halt gut gewesen ja ich hab' ich in erinnerung dass die munition nicht so knapp ist in dem game ich bin einfach zu dumm zum schießen hallo ich hab' kein leben mehr komisch genug 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 der letzte schuss wo ist das achievement kill gegner mit letztem schuss krasser shit hat er gemacht hat er gemacht voll leben so gut was auch gut wir wären mal ein save point wo ist der letzte save point gewesen da da gleich ne doch doch müsste müsste schon bis ziemlich nah sein oh nice hier hab' ich noch das mal sehen boah ich flieg runter ich bin so gut wahnsinn genius oh ne und da ist der gegner Junge was geht mit dir schief wo kommst du denn her die puppe verwendet mich zu gut BAM 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 Nahkämpfer sind ja sind ja nice aber was ist jetzt eigentlich oben mit Schildern und mit der großen Waffe und sonst hätte es nicht können ey wo schießt der hin vor allem ja Speicherspiel oh nice dann machen wir jetzt den Part machen wir den Part jetzt zu Ende weil ich werde davon nicht mehr sterben bis ich es durchgespielt habe FAKT FAKT ist dann ist dann FAKT Richtig ist das ein ist das ein Mensch ja ich mag Menschen keine Mission mehr wow yeah P90 wieder ja nice weiter ist ich hole mir den Wagen ah die Fahrerskills ne schnell die die sind so langsam hey wo sind Movement Speed Boots oder so Boots im Bild komm her komm her ja die Prüfer das connecten eh gleich wegen Cheat von mir ja sind beide noch am Leben sehr gut sehr gut sehr gut nice sehr gut wollte eigentlich ein paar beten ich wollte yes hast den Move ja wo ist das gibt es extra Punkte wo sowas sollte so hat Angst aber egal einfach wenn man schnell ist dann kann nichts passieren ne schnell sein und man man wird nichts mehr getroffen ja man wird nicht mehr getroffen ich fahr jetzt einfach straight ahead da durch wow das ist ja komisch läuft muss ich da hoch rechts oder hier lang das ist ja komisch läuft muss ich da hoch rechts oder hier lang was ok ja hier ist es anscheinend fail ne es geht hier auch hoch egal so dann keine Gegner sind ich muss eh da lang wow 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 ich bin so gut geil geil ist es so ja ja Helikopter passt schon nice ja genau P90 super perfekte Waffe ich bin erwischt ja jetzt habe ich genau 50 Schuss im Magazin jetzt habe ich nichts mehr ja öö ja was ist das für ein Scambac Helikopter da der trollt mich hat nein was zur Hölle ja ich sieht aus wie ich tot ja oh man ok ok gut danke fürs zuschauen sehen wir uns im nächsten fort und dann ist es um 1 Uhr nachts ich musste mich strecken ok beim Marathon weil wir nicht ein bisschen durchmachen damit wir wieder normalen Schlafrittons bekommen oh ja bis dann Zeus ich wissen das w w nicht